Auf einmal geht's, hä? Ne, warte mal. Äh... Wer kommt noch von hier? Wir waren eben drüben. Sehr lustig. Ups. Ich weiß nicht, ob man das offiziell überhaupt soll, darf, kann, muss. Fängt ja super an. Also wieder zurückkommen. Schauen wir. Also wir gehen uns erst das Ding hier holen. Und danach gehen wir zu dem Turm da hinten und schauen, was es da gibt. So. Jetzt wieder runter. Und hier muss man auch ziemlich vorsichtig sein. Wollte nicht wieder runterfallen. Aber wie wir gesehen haben, man landet direkt da, wo man praktisch heruntergefallen ist. Was ist denn das hier für ein Stein? Was haben wir hier? Was ist das? Irgendeine Scherbe. Nimm mir die doch einfach mal. Ui, was kann man denn hier alles finden? Also ich kann nicht versprechen, dass ich das alles finden werde. Aber ich werde es versuchen, wenigstens. Natürlich hoffe ich, dass wir alles finden. Das sei noch dabei gesagt. Okay, ich glaube, ich springe von der Seite, oder? Bin mir unsicher. Und das sieht näher. Ja, perfekt. Also wir müssen vorsichtig sein. Hier müssen wir wieder rüberspringen. Und zwar seitlich. Da unten ist das Wasser. So, hoffentlich schaffen wir es diesmal beim ersten Mal. Ja. Hier war ja sonst nichts mehr. Gehen wir mal zu dem Turm. Und gucken den einfach mal an. Würde ich mal sagen. Da steht einer. Da ist ja doch jemand. Aber lassen wir uns erstmal hier runtergucken. Da ist auch noch so eine kleine Insel. Aber ich glaube nicht, dass man da hinkommt. Uiuiui. Schon wieder hier springen. Ja, der hat erwart. Stopp, warte. Ich habe so viele Fragen. Warum nicht hier? Was machst du hier? Und was ist überhaupt passiert? Kennen wir uns vielleicht? Oder nicht? Oder doch? Oder keine Ahnung? Und der ist weg. Was ist denn da hin? Der ist weg. Oh, der sieht auch cool aus hier. Okay, die linke Maustaste. Aber erstmal hier. Der Mond. Was passiert jetzt? Schnell. 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 Komm, wir springen einfach. Ah, das war knapp. Da fliegt es. Dort hinten. Wo ist es denn jetzt da hinten? Wie kommen wir hier noch mal runter? Wir kommen von hier. Woher weiß ich denn wohl das jetzt hinfliegt? Da draußen macht aber einer ganz schön krass. Müssen wir jetzt den ganz normalen Weg hier wieder hinabsteigen? Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Schnitt. Denn da draußen geht gerade voll die Poster. So, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zurück. Kann er denn jetzt einfach so... What the fuck? Das war jetzt aber richtig knapp. Also ich dachte, der fällt jetzt in den... So wie jetzt. Oh, da war doch Wasser. Da habe ich ja ein bisschen zu viel gedrückt. Vorsichtig, vorsichtig. Aufdingende Steine. Auch sehr gut. Hier oben waren wir ja praktisch schon. Von daher denke ich, dass wir einfach... We just zurückgehen. Meine hier kommen wir ja nicht mehr hin. Nehmen wir den Weg hier. Das ist ja alles kein Problem. Kann man eigentlich hier hoch... Ne, ist wahrscheinlich zu... Äh, ist zu hoch. Schade. Hier sind Möwen. Und ich kann da nicht hin. Aber hier ist doch so ein Loch. Geht ihr nicht. Also geht es nix. Aber springen. Nehmen wir rollen. Und nochmal rollen. So, wir wollten hier ja da unten hin. Ursprünglich und gucken, was das überhaupt ist. Aber ich lasse mich immer so ablenken. Und diese Dinger hier sehen aus wie so Grabstein oder sowas. Turm hat übrigens auch so noch... Also nicht... Ne, okay, fast. Sehr cool. Und eins davon leuchtet. War das nicht vorhin... Vorhin das Ding? Was wir da angeschrien haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussah. Ich glaube, das war so ein Ziel. Also ist es nicht praktisch hier hin. Und wir müssen noch... Drei weitere oder vier. Ich weiß nicht, was in der Mitte ist. Also nicht hier jetzt nochmal ein Schreie. Rülle leuchtet ihr auf. Ups. Ähm. Er ist weg. Ach, guck mal. Hier hat sich was verändert. Ich muss mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Hier kann man... Da hinten steht. Da ist er. Ah, da ist auch noch so ein... Lichtlein. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Was gerade... Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Obwohl ich nicht weiß... Warte bringt... Schuss, denke ich, ich darf nicht. Deswegen sind das noch Quallen. Das ist auch lustig. Das wird mir verboten. Nur mal ein bisschen rumschwimmen. Okay. Dann eben nicht. Also ich schätze mal, hier ist einfach Ende. Aber hier kann man auch nicht drauf, oder? Ich glaube ja eher nicht. Was eigentlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit in diese Richtung schwimmen. Ich probiere es jetzt auch gar nicht aus. Vielleicht werden wir ja von Haig gefressen oder so. So mal hier trocken. Guck mal. Oh, es sieht so schön aus. Einfach. Und ich glaube, wir sollten auftauchen. Hier, da. Ein... Schwarzer Mensch... ...mit rotem Umhang. Rotkäppchen, bist du es? Ich glaube nicht. Aber wir können auch gar nicht hoch. Nein. Noch da. Noch da. Bewegt sich nicht. Da nicht. Shift links. Ah, hier ist ein Loch. Ich möchte gerne hier rein tun. Leer Taster. Und hier auch. Und weg war er. Oder sie. Weiß ich auch nicht. Weg. Einfach weg. Komm mal, springen wir hinterher. Aus uns licht. Da. Schneller, schneller. Wenn wir das nämlich gerne mal angucken. Oh. Und wenn wir es jetzt wieder anschreien. Aber das verändert sich wieder etwas. Kann man hier hoch? Oder ein Frosch. Oder Quatsch. Ne, leider nicht. Da wollte ich gar nicht trauen. Also wir sind ja jetzt eigentlich von da sind. Wir hängen, kommen hier, kommen wir zurück. Wir gehen nochmal kurz hier hin. Und schauen uns das natürlich wieder einmal an. Ich glaube, hier oben waren wir auch noch nicht. Weil wir müssen ja alles erkunden. Hallo, Schmankchen. Und alles finden. Natürlich auch. Da oben ist noch so eine Figur. Um die kümmern wir uns aber gleich. Da waren wir. Da waren wir auch schon. Dann gehen wir mal da hoch. Na, Puzzi. Es geht. Ein kleines Schweinchen. Eine Möwe. Ähm. Da sind die Großen. Ich will nur dran vorbei. Oh, der Fock ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ach, du Schande. Tipp, 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 tipp. Ja, die Kleinen da fressen wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich die da weg? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Schauen wir uns erst mal hier um. Was ist hier so schön es gibt? Und dann, äh... Gucken wir mal, wie die Schweinchen da wegkriegen. Hier kann man irgendwie runter. Aber warum? Der fällt immer gleich, äh, schnell herunter. Kann man hier wieder hoch, oder was? Dann gehen wir doch gleich mal aus. Tatsächlich. Das ist gut. Da hinten waren wir auch noch nicht, oder? Das war jetzt aber eigentlich mir runtergefallen. Also, okay. Okay. Vielen Dank.